Willkommen liebe Modellbahnfreunde bei Xtrain24, ihre Einkaufswelt für Modellbahnen und Zubehör. Ja, es ist nicht zu verhindern, aber dieser Supersommer dieses Jahr verabschiedet sich langsam und der Herbst klopft schon mal vorsichtig an die Tür. Denn der meteorologische Herbstanfang ist ja der erste September. Warum sage ich das? Also im Herbst beginnt auch für den Modellbahner wieder die Hochsaison, ob mit oder ohne Anlage. Und was ist noch im Herbst? Richtig, da beginnen die Modellbahnhersteller in der Regel ihre Herbst- und Winterneuheiten vorzustellen. Es geht ja stramm auf Weihnachten zu. Man sollte es kaum glauben, aber das hier habe ich vor drei Tagen in einem Berliner Geschäft entdecken können. Der Startschuss ist also gefallen, diesmal nicht mit Pfefferkuchen oder Stollen. Stichwort war Herbstneuheiten. Und die präsentiere ich Ihnen heute aus dem Hause NMJ. Und hier stehen Sie vor mir in Reihe und Glied. Haben Sie mitgezählt? Elf NoHubs an der Zahl. Was für ein Anblick. Nun, die NoHubs von NMJ sind ja nicht neu als Produkt, aber die Farbvarianten. Fünf neue Farbvarianten sind den ungarischen Modellen verpasst worden. Das sind die hier. Zu diesen Farbvarianten gesellen sich zwei belgische Loks und zwei dänische Varianten. Werde ich sie richtig erwischen. Hier und hier steht auch noch eine. Und last but not least noch zwei Norweger. Das nenne ich mal eine tolle Auswahl und wird sicherlich die Herzen der NoHub-Fans höher schlagen lassen. Die Loks kommen in der bewährten guten Qualität von NMJ in den Handel. Das braucht man, glaube ich, jetzt hier an dieser Stelle nicht extra hervorheben. Nun ist es ja so, dass Finn Mu einer der größten Liebhaber dieser Maschinen ist, hat er ja mal gesagt. Sonst würde er nicht so viele bereits auf den Markt gebracht haben. Man kann schon mit Fug und Recht behaupten, dass NMJ der Hersteller ist, der die meisten Modelle dieser Maschinen gefertigt hat. Ich hatte in der Frühjahrsvorstellung, Sie erinnern sich vielleicht noch, Finn nach der Zahl der bereits gebauten Modell-Loks gefragt. Ah, mein Deutschlandchef sagt, in Kulissen hier 86 unterschiedliche Varianten haben wir gemacht. Bis jetzt. Tja, Sie haben es gehört. 86 verschiedene Varianten. Das nennt man dann schon, Finn, verzeih mir, NoHub verrückt. Alle NMJ-NoHub zusammengekoppelt zum Beispiel ergibt einen stattlichen Lockzug, und ich habe es ausgerechnet, von circa 18,4 Meter. Man stelle sich die Länge mal vor. Das ist ein Tusch wert. Halt, halt, nicht zu schnell. Ich gebe den Startschuss. Jetzt, Tusch! So, jetzt komme ich zu den Loks. Alle Modelle sind natürlich Topline-Modelle. Und wer denkt, dass NMJ einfach die Gehäuse nur farblich geändert hat, irrt. Denn jede Variante der NoHubs entspricht dem Vorbild. Also jede Lok hat ihre eigene spezifische Merkmale. Und nicht nur als Farbvariante. Keine Lok gleicht dem Aussehen der anderen. Da hat es sich NMJ nicht leicht gemacht. Und von wegen hier neue Farbe auf altes Modell, äh, äh, ist nicht. Ich zeige Ihnen jetzt an einem Beispiel, dass es so ist. Ja, dann nehme ich gleich hier die NoHub der dänischen Staatsbahn. Ähm, welche nehme ich noch? Ach, diese norwegische Variante, ja. Und als drittes Beispiel diese belgische NoHub. Ja, und hier fällt auch schon der Unterschied der einzelnen Maschinen im Frontbereich sofort auf. Die dänische Lok hat hier ein Dreispitzsignal. Auffällige Rangierbühnen mit sehr filigran ausgeführten Schutzgitter für den Rangierer. Ja, die norwegische Lok hat keine Rangierbühne. Eine normale, allseits bekannte Front der NoHub. Nur die Fensterschutzgitter fallen aus dem Rahmen. Ja, und beim belgischen Vertreter ist das Gesicht ein ganz anderes. Mir hatte ein großer NoHub-Kenner mal gesagt, eigentlich ist es gar keine NoHub. Okay, das lasse ich jetzt mal so stehen. Was fällt an dieser Front auf? Richtig, sie hat nicht das übliche Dreispitzfrontsignal. Dafür gibt es zwei Hauptscheinwerfer und zwei Schlusslichter, die darunter angeordnet sind. Ist schon auffällig, wie sich die Ansichten der Loks schon unterscheiden. Das gleiche gilt für den Dachbereich. Bei der dänischen Variante sind als Merkmal vier Dachlüfter vorhanden. Bei der norwegischen auch vier, aber nur zwei sichtbar. Die anderen beiden sind zum Schutz unter einer Abdeckung verborgen. Ja, und die Norweger haben auch Rückspiegel an den Loks. Und die belgische Lok hat gleich fünf Dachlüfter. Ich drehe sie mal um. Der große hier ist für die Belüftung der elektrischen Zugbremse da. Ja, das könnte ich jetzt bei allen Maschinen beliebig fortsetzen, sollte aber reichen, um Ihnen die Unterschiede aufzuzeigen. Deshalb mein Abschlusszitat dazu, WZBW. Tja, dieser Begriff kommt aus der Mathematik bzw. Physik und heißt, na, wer weiß es, okay, okay, ich löse, was zu beweisen war. Alle Loks, die hier vor mir stehen, sind Analogmodelle, also mit einer 21-poligen MTC-Schnittstelle versehen. Natürlich gibt es auch die No-Hubs als Soundvarianten und die sind dann mit ASUSound ausgerüstet. Jetzt noch ein Wort zu unseren Märklinisten. Auch hier selbstverständlich lassen sich alle Modelle auf AC umrüsten, wie hier bei den dänischen oder belgischen oder norwegischen Modellen. Geht das relativ einfach. Sie benötigen ein Umbau-Kit und dann klippen Sie einfach den Schleifer hier unten an das Fahrgestell an. Ich zeige es ja nochmal in die Kamera. Öffnen die Lok und legen dann den Schalter auf AC-Betrieb um. Fertig. So einfach kann es also gehen. Und jetzt, wie immer, die obligatorischen technischen Infos zu den Loks. Die Lokomotiven sind Zwei-Leiter-Gleichstrom-Lokomotiven, haben keinen Digital-Decoder verbaut, aber eine Schnittstelle 21-polig MTC. Der Motor ist fünfpolig ausgeführt. Angetrieben werden alle vier Achsen. Sound nicht, aber nachrüstbar. Schwungmasse ist ebenfalls vorhanden für einen weicheren Lauf der Maschine. Es sind auch zwei Haftreifen auf den Drehgestellen asymmetrisch angeordnet für eine bessere Zugkraft der Lokomotive. Eine Kurzkupplungskinematik ist vorhanden und die Kupplungsaufnahme für Kurzkupplung entspricht der Norm NEM 362. Und die Länge über den Puffer dieser Lok sind 213,8 mm. So, und jetzt habe ich noch ein paar Preisinformationen zu den Modellen, liebe Freunde. Und gleich vorneweg, alle Preise finden Sie natürlich auf Xtrain24.de. Gleich nochmal ein Hinweis, Sie sehen auch an der Grafiken, dass jede Lok wirklich völlig anders ist. Nicht nur in der Farbe, sondern auch in der Konstruktion. Da sehen Sie also auch nochmal anhand der Preistafeln, dass wirklich jede Lok anders ist. So, ich fange jetzt an mit dem NMJ Topline Modell, die Diesellokomotive DI3 624 der NSB. Das Analogmodell kostet 241,30 Euro, bestellbar mit der Artikelnummer 90025. Und die Sound-Variante ist 91,025 und kostet 335,90 Euro. Das Modell ist in H0 und in DC-Ausführung und das Beste sofort lieferbar. Die zweite Lokomotive, die ich Ihnen preislich gerne vorstellen möchte, ist die Diesellokomotive M61003 der MAV, das heißt also der Ungarischen Staatsbahn. Dieses Topline-Modell kostet in der Analog-Ausführung 221,90 Euro und in der Sound-Variante 318,80 Euro. Auch hier sehen Sie anhand der beiden Artikelnummern, die Analog-Variante fängt mit einer 90 an und die Sound-Variante mit der 91. Also 90,219 ist die Analog-Variante und 91,219 ist die Sound-Variante. Dann habe ich noch eine Lokomotive mir rausgesucht, ebenfalls der MAV, ein interessantes farbliches, ja wie soll ich sagen, Konstrukt, also unglaublich. Auch diese Lok ist in beiden Varianten zu haben. Einmal analog die Artikelnummer 90,225 für 221,90 Euro und die Digital-Variante, sprich Sound-Variante oder Artikelnummer 91,225 für 318,80 Euro. Und auch diese Maschine, wie alle anderen, die ich heute hier nicht mehr vorstellen werde, sind sofort lieferbar. Ja, und last but not least, der belgische Vertreter, die Diesellokomotive 53,12 der SNC-B mit der Artikelnummer 90,408, 221,90 Euro, das ist die Analog-Variante und mit der Artikelnummer 91,408, das ist die Sound-Variante, für 318,80 Euro. So, alle Modelle sind lieferbar. Weitere Infos finden Sie wie immer auf unseren Seiten von X-Train24. Ja, und noch ein kleiner Hinweis am Rande. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr verpassen wollen, abonnieren Sie einfach unseren Newsletter. Und dann bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Ja, das war's für heute mit meiner Herbst-Neuheiten-Vorstellung von NMJ. Und ich hoffe, dass bei dieser Gesamtpalette für den einen oder anderen von Ihnen das richtige Know-Up-Modell dabei war und wünsche Ihnen jetzt viel Spielspaß mit den Modellen von NMJ. Und was mache ich jetzt? Ich mache mich jetzt vom Acker. Schließlich ist ja vielleicht Wochenende. Wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Puttich. Bis zum nächsten Mal.